so leute wir sind angekommen und sind jetzt hier in miami in unserem bnb in unserem haus, was sagst du? schön, ist echt chillig und die jungs hocken auch hier rum, haste ich denke mal heute abend, passiert nicht mehr viel ich glaube jeder hat geschlafen so, ausgecheckt Freunde, jetzt gehts nach miami und hier haben gerade unsere ganzen Koffe verladen, das ist ein BAN, gehts jetzt los Jungs seid ihr hyped? ja, 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 ja oh, ich weiß nicht, wir können ebt ja, ich glaube ihr habt ja nicht zu spitzieren, bis ihr seid ihr habt meinst, wir müssen jetzt machen, wenn ihr habt ihr seid, ihr seid zu spät die und ihr seid zu spät, die Preika, die Leute nicht in die Zukunft, die Leute nicht in die Zeit haben, sie ins Schliques, die Leute nicht in die Welt und ihr seid zu spät für euch und ihr seid zu spät, ihr seid zu spät, ihr seid zu spät, ihr seid zu spät, ich bin die Leute nicht in die Welt Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.